Forums-Mitglieder, grüß Gott, Keller Sports, hier ist wieder eine Seiten-Review und zwar gleich zwei Seiten wurden getestet in den letzten beiden Wochen und zwar zwei schwarze Seiten. Die Babolat RPM Blast in 1.25, eigentlich eine Seite, die jetzt erst neu rausgekommen ist und als Vergleich dazu die Isospeed Baseline 1.20. Das Ganze war in diesem Schläger drin, dem neuen Babolat Aero Pro Drive GT, den ich mir jetzt zugelegt habe und zwar zwei Stück. Ich habe den Head-Schläger verkauft, den Head Microgel Prestige Pro und spiele ab sofort mit diesem Schläger. Natürlich bin ich derzeit noch ein bisschen in der Umstellungsphase, in der Umgewöhnungsphase, aber die ersten beiden Stunden, mit denen ich das Gerät getestet habe, da war ich sehr zufrieden und der Schläger hat mir auch die genötige Sicherheit gegeben. Ich habe das allererste Aero Pro Drive Modell gespielt, mit dem damals kam ich überhaupt nicht zurecht. Dann habe ich gesagt, okay, der Aero Pro Drive wird nichts für mich. Jetzt im quasi überarbeiteten, mit Cortex-System versehenen und Grafit hinzugefügten, im Material Grafit hinzugefügten und Tungsten ist da auch dabei. Also, der Schläger ist einfach anders zum Spielen als der allererste Babolat Aero Pro Drive, genauso wie der neue Pure Drive anders zu spielen ist als der allererste Pure Drive. Also, die Schlägerentwicklung bei Babolat, da hat sich einiges getan. Hier werdet ihr sehen, da ist jedoch keine schwarze Seite mehr drin, da will ich nicht allzu viel verraten, da ist bereits die nächste Testseite drinnen. Nun, zur RPM Blast. Ich habe die beiden Schläger gleich hart bespannt, nämlich mit 25-24 Kilogramm. Hier gleich der Vergleich, also im Vergleich dazu war die Isospeed Baseline eine schnellere, explosivere Seite. Die Babolat RPM Blast hat mir mehr Sicherheit gegeben, war aber auch knackig genug, um, sagen wir mal, nicht tot oder leblos zu wirken, wie es zum Beispiel bei der Revenge der Fall war. Viele haben gepostet, dass zum Beispiel der Aero Pro Drive GT härter bespannt gehört, vielleicht 27-28 Kilo. Das würde ich wirklich sein lassen. Der Schläger ist mit 25-26 Kilo absolut am Limit. Ich habe die Babolat RPM Blast, wie gesagt, mit 25-24 Kilo bespannt, das reicht vollkommen. Der Schläger ist einfach steifer geworden und auch ein bisschen schwerer. Deswegen würde ich sagen, mit 25-24 Kilo, da ist das Limit erreicht. Was gibt es zur Härte, zur Stabilität zu sagen? Absolut top die RPM Blast, da gibt es eigentlich fast nichts. Die gibt nicht nach, die bleibt, die hält, die Stabilität. Spin, total zufriedenstelle in dem Durchmesser mit 1,25, kann man sich auch nichts vorwerfen. Von der Grundlinie weg habe ich mich sehr wohl gefühlt mit der RPM Blast, eigentlich in allen Belangen. Das einzige vielleicht der Aufschlag, konnte ich noch nicht diese Power, wie zum Beispiel jetzt mit der Hex, rausholen. Die Hex war dann beim Aufschlag schon ein bisschen explosiver. Das Preis-Leistungs-Verhältnis, das kann ich euch da gar nicht sagen, vielleicht könnt ihr es posten. Ich poste momentan nicht, denn ich habe noch quasi eine Rechnung offen. Und wenn diese Rechnung beglichen ist, werde ich auch dann wieder ins Vorraum zurückkehren. Aber ohne große Ankündigung, das brauche ich nicht. Nein, aber im Blog könnt ihr gerne als Kommentar posten, was derzeit eine Rolle kostet. Ich habe sie gratis bekommen zu diesen beiden Rackets. Die ISO Speed Baseline wiederum ist eine Seite, die in 1,20 natürlich schon etwas mehr streut. Weniger Kontrolle gibt, die Bälle gehen höher weg. Das ist ähnlich wie bei der Hex, wenn man von einer dicken Seite auf die Hex in 1,10 oder 1,18 umsteigt. Deswegen hat mir die ISO Speed Baseline auf dem Aero Pro Drive auch nicht so gut gefallen. Hatte mir, ehrlich gesagt, mehr erwartet. Denn die Baseline war in anderen Schlägern, wie zum Beispiel Head Prestige oder auch damals Technifiber T-Fight 320, sicherer, stabiler. In diesem Schläger müsste man wirklich eine 1,25, eine 1,23er Seite spielen. Das ist für den Schläger optimal. Die Baseline ist natürlich vom Preis-Leistungs-Verhältnis einzigartig, eine von den billigsten ISO Speed-Seiten. Und deswegen natürlich, dort sind die Noten sehr gut. Ich kann mir natürlich vorstellen, dass ich vielleicht einmal die Baseline 1,25 noch einmal spielen werde in diesem Schläger, um dann den genauen Vergleich mit der 1,20er zu sehen. Die Slice gingen sehr gut, vor allem mit der RPM Blast. Das Slice ist absolut top. Aber auch mit der Baseline konnte ich einigen Zug erzielen beim Slice. Der Volley. Wie gesagt, bei der Baseline merkt man den dünnen Durchmesser, da zieht der Volley ein bisschen zu sehr ab. Die RPM Blast hat mir beim Volley da wirklich die Sicherheit ausgestrahlt. Und da muss ich sagen, da gefällt sie mir auch sehr gut. Schade, dass ich eben die Blast nicht in einem anderen Racket noch testen konnte. Ich kann jetzt nur eben für den Aeropro Drive sprechen. Die Alupower hatte ich noch nicht gespielt in dem Schläger. Würde mich sehr interessieren, wie die Alupower zur RPM Blast jetzt im Vergleich in der Stabilität und in der Elastizität wirkt. Also direkter Spielvergleich, wenn ihr schon mal diesen direkten Spielvergleich in den Rackets drin hattet. Alupower vs. RPM Blast ist zwar relativ neu. Dann bitte posten. Ich möchte jetzt nicht mehr viel dazu sagen. Mehr dazu dann im Blog, in der Bewertungsskala abzulesen. Was ich jetzt noch dazu sagen möchte, generell zu der Geschichte mit Kellersports. Ich habe mir das Ganze durchgelesen. Ich habe auch viele Postings in den Threads gelesen. Was soll man sagen? Das Ganze war klar. Irgendwann muss Herr Seitenforum, muss ich schon sagen, Herr Jens, das Ganze ein bisschen kommerzieller gestalten. Kellersports ist sicher ein super Partner für ihn. Was wir User letztendlich dann davon haben, das muss man wirklich, das wird die Zeit sagen. Warten wir ab ein paar Monate, vielleicht ein halbes Jahr, wie sich dann das Ganze entwickelt. Und dann kann man sagen, okay, das hat es gebracht oder nicht. Es wäre ein bisschen zu übereilig von manchen Usern. Wobei ich manche User und deren Rücktritt voll verstehen kann, denn es gibt vieles Privates und das einfach sich mit dem kommerziellen nicht so verbinden lässt. Und ja, schade natürlich für die anderen Seitenforumspartner, die jetzt natürlich verschwunden sind. Das tut mir auch ein bisschen weh, dass man hier wirklich jetzt nicht mehr sagen kann, man kauft dort gern ein und wie teuer oder wie viel kostet die Seite dort. Denn nein, ich kaufe es mir lieber dort. Das war am Anfang nicht der Fall. Ich weiß, wie gesagt, nicht, wie sich das jetzt weiterentwickeln wird. Ich bin nach wie vor da, also ich bin nicht, ja, ihr wisst, meine Auszeit habe ich nicht genommen, wegen dieser Kellersport-Sache, ganz im Gegenteil. Das hatte andere Gründe, das hatte reine private Gründe. Ich bin hier am Blog nach wie vor vertreten und ich bin auch keiner, der jetzt das Ganze zerreißt, verurteilt. Ich komme wieder mit dem nächsten Seitentest. Es ist eine Nylonseite hier drinnen, damit ich jetzt mir ein bisschen schon was verrate, aber mehr dazu nicht. Und übrigens, neu, ihr werdet das sehen, ja, diesen Dampener kennt ihr. Ja, der ist jetzt immer drinnen bei mir. Ja, das wäre es wieder mal gewesen, hier aus dem SoCalled Studio mit dem Seitentest, mit dem Seitenvergleich. Bubbleout RPM Blast und ISO Speed Baseline in 1.20.